so jetzt bin ich mal gespannt also ich habe die quest jetzt bekommen hat sie auch oder nicht nein ok das kann dauern echt blöd gelöst nicht sehr mehrspieler freundlich nicht sehr mehrspieler freundlich von dem mmo könnte man eigentlich etwas anderes erwarten wie viele ringe gibt es hier eigentlich drei für die elfen sieben für die zwerge neun für die menschen der eine kommt mir fast so vor ich glaube ich habe jetzt schon für drei quests in diesem gebiet schon einen ring bekommen ich glaube ich behalte meine ausdauer ringe lieber es gibt mir am meisten kohle die robe so mach du mal ich mache erst mal ein nicker ich kann mich hier nicht auf die mount setzen das ist ja auch das mount muss ja auch hier auftauchen die quest wahrscheinlich abbrechen und annehmen ich entleere in der zwischenzeit mal mein inventar hier ein bisschen mein questgeber schreit mich an ich bin nicht gebissen worden das haben wir dann eigentlich grad für innis so in der auswahl ation der rup feste traktar und anka hat bin ich mir jetzt nicht sicher also traktar und man auf jeden fall noch nicht aber anka hat bin ich mir nicht sicher war man da schon oder noch nicht wir sind so oft weißt du hast wir sind echt doof du hättest einfach auch annehmen brauchen dann wäre es gegangen oder ja der typ taucht nämlich wieder auf im im käfig und dann hätten wir das direkt annehmen können ach scheiße und darum ging das nicht ich treffe die fackeln nicht aber ja hauptsache wir rennen erst mal hinterher die fackeln einfach direkt auf die worgen schmeißen wo sie in dem moment sind egal ob die bei einem aufschlagszeitpunkt immer noch dastehen du triffst die damit ja das erklärt sich ich werfe immer dahin wo sie stehen wenn die fackel auftrifft du ziehst voraus ja ganz leicht bei männern kurz davor bei frauen bei bei frauen und kindern brauchst du nicht so weit vorziehen wie bei den mit einem die die das mit dem dem und dem Amen. Da ist er ja, der Angry Face. Ich habe die Grizzly nicht aggro gezogen. Oh, jetzt habe ich einen Hirsch aggro. Pass auf, der Alte bringt jetzt dann gleich irgendwie einen Adler oder sowas mit. Und wieder ein Hirsch. Reichkäse? Der Vorgang brennt unter Wasser. Gut zu wissen. Ja, solltest du genau wissen, weil du bist ja ein Vorgang. Und greife ich mich dann eigentlich an? Das macht die Quest total bescheuert. Wurdet ihr gebissen? Sagt der Typ so in einem Morgen. Wurdet ihr gebissen? Eigentlich ja schon, ganz am Anfang, ne? Das ist schon lange her, da sind wir schon drüber hinweg. Das Trauma ist schon beseitigt, erinnere mich nicht daran. Aber dass der nicht Suspekt ist, dass ich ein Morgen bin? Hm. Das ist ne, er ist gerade erst aufgefallen, als du das gesagt hast. Eigentlich total nicht gehört. Ja, diese Questreihe wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, als es Worgen noch nicht als spielbare Rasse gab. Ja, ich weiß. Worgen gab's dir erst einen, äh, eher doch nicht später. Was? Nein, ernsthaft? Nö. Ich konnte sie schon vorher spielen, zeitlässig. Immer, immer die scheiß Dudu, aber eigentlich sind die Dudus dran schuld. Ja? Ja. Wo ist dieser Typ? Ach da. Es gab nämlich mal einen, zwei Druiden, die die Wolfsgestalt entwickelt haben. Und es ging dann nach hinten los. Naja, so haben wir jetzt ein neues Volk bei der Allianz. Was? Ich frag mich, was dafür schuld ist, dass es Goblins gibt. Hm. Eigentlich sind auch die Nachtelfen und die Gnome dran schuld. Scheiß-Allis. Goblins sind... Goblins sind... Goblins sind... Binden uns so eine Pest an die Beine. Wieso, wieso, wieso Glove und Nachtelfen? Warum sind die dann grün? Naja, Glove sind klein und Nachtelfen haben spitze Ohren. Was haben, sind Goblins klein und haben spitze Ohren? Oh. Und sie sind grün. Ja, sie muss halt auch ein bisschen Ork mit drin stecken. Wie geht's? Hentai Tentakel. Ja, vielleicht ist es aber auch bloß die Mischung aus diesem beige hautfarbenen Ton und diesem Nachtelfen... Oh, ein Buch. Ein Buch. Schock deine Eltern, lies ein Buch. Ah, falsche Taste. Wenn es darum geht, die Eltern zu schocken, dann wäre meine schon tot. So viele Bücher, wie ich gelesen habe. Ach so, ist ja fertig. Ja, das war mal so... Das war mal so ein Kampagnen-Spruch. Ich besitze 300 Bücher. Hm. Ja, ich müsste mein Mädchen neues Regal kaufen, um meine zwei Wäschekörbe Bücher, die ich noch nicht im Regal stehen habe, mal in ein Regal zu stellen. Ich melde uns mal für eine INI an. Wenn ich irgendwann eigentlich groß habe, baue ich mir einen Raubenburg. Nur Bücher. Baue ich mir meine eigene Bibliothek. Eine Bibliothek? So was nennt man, glaube ich, Bücherei. Nein, eine Bibliothek. Nein, eine Bibliothek. Schön mit Kaminen und mit kleinen Sesseln und... Ja. Ja, genau. Supermax ist auch nur eine Nahrungsmittelbibliothek. Ja, gut. Ja, gut. Was hast du jetzt gesagt? Nahrungsmittelbibliothek. Und sag ganz schnell, viermal hintereinander und besoffenen Kopf. Hm? Nahrungsbibliothek. Nahrungs... Nahrungsbibliothek. Nahrungsbibliothek. Was? Ich wollte schon sagen, wenn er dir die nicht annimmt, der könnte sie durch einen Fleischwolf drehen. Da waren wir doch schon, jetzt kommen wir in die einzige Indie rein, in der wir schon drin waren. Weißt du doch, damals am Anfang, wie wir geschrieben haben, sagt Hallo zu YouTube. Ja, das war ganz am Anfang. Verdammt, ich hab mich verschrieben. Ja, Fail. Jupputube. 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 Sag, Hallo zu YouTube. Jupputube. Ja, Jupputube. Hohohoho. Ja, Kartoffel. not today soll ich jenkins style da reingehen oder alt einzeln weiß ich nicht wenn uns gern will ich will gerade nicht sterben die kommen auf unseren heiler können uns doch verlassen oder ja ich spiel ja auch so viel heiler im hc gibt es hier ja diesen lustigen erfolg wenn du den boss tötest bevor du die erzweck haust ja den erfolg kenn ich noch seht ihn beim sterben zu und ihr wollt doch irgendwas wo ich mehr schaden macht oder um egal so was wie def cd offensiv cities hast du glaube ich noch nicht wirklich also wird oder Prozent auf level 84 kriegst du deinen ersten mit fünsterer seele ich habe mehr schaden als der hunter gemacht die es war okay die hälfte von meinem schaden kam von diesen verdammten tentakel die dinge sind scheiß op die tage haben dich im damage sogar überholt bei mir weil wir die tentakel nämlich noch mal extra ziehen das ist die ich sehe bei mir halt Prozent lehrenden tentakel nahe kam 54 prozent von meinem schaden die dinge sind so op ernsthaft sind wir so delay und